Hallo Leute! Tschüss! Heiß mal! Was up! Hallo Leute! Und herzlich willkommen hier auf Leon seinen Kanal! Heieee! Bloß! Christi, wo sind wir überhaupt? Ja, das frage ich mich gerade selber! Ja, wir sind im Feuerwehrausbau! Ja! Denn wir sind... Schlag mich tot! Keine Ahnung, warum wir hier sind. Aber... Wir sind gerade bei einem Grundlehrgang von den Aktiven. Wir sind hier eine Jugend für Westerkappeln. Ja, und ich gehe jetzt mal auf die andere Straßenseite, um Autos anzuschauen. Hier sieht man noch Fahrzeuge. Ja... Ja... Ähm... Ja, so sieht... Das Auto aus. Wenn du siehst, willst du das Stocker Crash Challenge haben. Ja, hier sind die kleinen Türen. Das ist unser... Cooles Auto auch. Ja... Das ist unser... Cooles Auto auch. Ja... Ich möchte ein ernsteres Thema ansprechen. Ähm... Ihr wisst ja... Alle, die IS hat... Viele Anhänger. Und letztens in Hannover ist, ähm... Ja... Für mich ist das ziemlich schlimm, weil ein Polizisten... Ein 15-jähriges Mädchen... Äh... Hat ein Polizisten einfach mal so... In den Hals gestochen. Äh... Mit Messer, glaube ich. Ja... Man sieht hier... Noch ein kleines Auto... Ja... Eher gesagt... So... Kombi... Ja... Ähm... Ja... Und... Tja... 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 Tja...